Hallo, ich bin Carsten in Mahl und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja hallo nochmal, also bin wie gesagt vorhin in Mahl gestartet. Ich habe mir hier eine Tour zusammen gebastelt, ging gerade ganz schön gleich auf, bin ein bisschen am Schnaufen. Also ich habe mir hier eine Tour zusammen gebastelt zwischen, einmal gucken wo ich lang muss, zwischen Mahl, Grecklinghausen, Erkenschwick, Datteln, Haltern. Ja so in dem Gebiet werde ich mich heute aufhalten. So um die 40 Kilometer knapp drüber soll es dann werden heute. Ja bin heute mit dem Deckingrad unterwegs, weil der Sattel muss noch eingefahren werden. Bin mal gespannt, wie sich nachher mein Hintern anfühlt. Aber super Wetter, aber kann es alles nicht so schlimm sein. Gucken wir mal. Ja irgendwie nervt mich heute so ein bisschen mein Tacho. Und zwar, ja ich habe den neu. Das ist jetzt die erste richtige Tour, wenn man so will. Und ja die, ich habe eine gefederte Gabel und die verjüngt sich nach unten hin, so ziemlich stark eigentlich. Und scheinbar verschiebt sich der Sensor immer. Das sind ja auch nur so Gummis, die wir den Sensor da an Ort und Stelle halten sollen. Da muss ich mir was anderes einpacken. Ja ich bin jetzt hier mittlerweile im Datteln. Wetter ist immer noch toll, aber doch kühler als man denkt. Jetzt gucke ich mal, dass ich Richtung Kanal komme. Ja Wahnsinnswetter heute. Ja so macht dann ganz Spaß. Ja und den Dachhusch bin immer noch. Da muss ich mir echt was mit der Alterung einfallen lassen. Ja mittlerweile sind wir an der Dattelner Schleuse angekommen. Und dann geht es jetzt am Kanal Richtung Heimat weiter. Ja noch neun Grad. Aber ich bin auch recht früh los. Wir haben es jetzt auch erst gerade kurz nach zehn. Ja Hälfte habe ich rum. So jetzt geht es Richtung Heimat. Ja unterwegs werde ich auf jeden Fall noch mal irgendwo ein Teechen kochen. Ja da drüben ist Vlaßheim. Und hier geht es dann weiter Richtung Haltern weiter. Ja. Ja an Haltern bin ich jetzt auch schon vorbei. Und dann geht es jetzt wieder Richtung Mahl nach Hause zum Mittagessen. Ja so schnell kann es gehen. 40 Kilometer sind rum. Ich habe jetzt noch keinen Kilometer mehr bis nach Hause. Ja mir hat Spaß gemacht bei dem tollen Wetter. Ich hoffe euch hat es auch ein bisschen gefallen. Dann sage ich Tschüss bis zum nächsten Tag.